Mein Name ist Aleksandr Babic und ich bin der Team Lead im Bereich Business Analytics bei SHARE. Die Herausforderung in BI und Analytics heute ist das exponentielle Datenwachstum. Wir möchten gerne in der Lage sein, weiterhin die fundierte Entscheidungen zu treffen und wenn es möglich auch in Echtzeit. Dafür gibt es sehr viele Analytics-Losungen von SAP und wir bei SHARE haben eine langjährige Erfahrung mit Themen BI und Analytics. Unterstützen Sie gerne von Anfang an bei S4HANA-Transformationsprojekten. Das ist ganz wichtig, weil wir eine Chance haben, ganz am Anfang in der S4HANA-V-Studie die wichtigen Aspekte von Transformation zu beleuchten. Zum Beispiel, was sind die Auswirkungen zu einer Transformation auf Ihr bestehendes Reporting und Planung? So schaffen wir gemeinsam Klarheit, bevor ein S4HANA-Projekt startet. Das Besondere daran ist, dass Sie bei der SHARE alles aus seiner Hand bekommen. Denn wir betrachten nicht nur die technische Seite der Transformation. Wir beschäftigen uns ganz früh in den Vorstudien mit dem Thema Analytics und was für Sie wichtig ist. Und nur so haben Sie die Möglichkeit, ganze Potenziale auszuschöpfen, was die S4HANA an Bordmitteln und Embedded Analytics bietet. Wenn Sie sich schon bereits in der Orientierungsphase befinden oder überlegen, ein S4HANA-Transformationsprojekt zu machen, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Analytics zu beschäftigen. Und dabei können wir Sie am besten unterstützen. Kontaktieren Sie mich gerne. Starten Sie jetzt mit SHARE!